Hallo, ich zeige dir mal wie ich meine Säge verpackt habe. Kommt da so raus, schwupp, kommt der Stab da drunter. Und dann stelle ich die Säge her. Dann kann ich arbeiten. Jetzt habe ich den Kopf abgeschnitten. Macht jetzt nichts. Und da habe ich noch Platz für die anderen Maschinen. Da noch Maschinen und dann noch alles. Das ganze Werkzeug. Wenn ich die dann fertig bin, dann stelle ich sie wieder zurück. Ja, nein. Schwupp-dee-bopp. Und schon noch ein bisschen hinweg. Tschüss.